Was guckst du mich so an? Ein bisschen. Was guckst du mich so an? Oh oh. Oh oh. Was ist denn jetzt? Da hörst du es nicht. Oh, da ist er ja. Der Dicke. Hol die Motorsäge raus. Jetzt gibt's Schnitzel. Der wollen wir ihn vorbeiziehen lassen. Der kommt aber bestimmt wieder. Sobald du einen Baum fallen kannst, kannst du auch noch ein Kambüro. Ja. Hol die Kettensäge raus. Wo bist du denn? Wenn du dort bist. Ja. Okay. Nee, ich hab grad ein Reh gehört. Oh ja. Ja, die läuft nach Hause. Und du willst etwa holen? Nein. Oh. Essensvorrate sieht marke aus. So, ich hack jetzt Holz. Der macht nur einen Spaziergang. Oh. Bambi. Bambi bleibt stehen. Ich brauche Essen. Ich beobachte. Jetzt kommt er wieder zurück. Wo ist er denn? Da hinten. Ja. Vielleicht mach mal ihn wieder platt. Anders geht's nicht. Ja. Toll. Bleib doch mal stehen. Was machst du denn mit dem Bambi? Ja gar nichts. Das ist ein Bug. Das zittert ja richtig. Haben wir da unten schon fertig? Ja. Ja. Walder, Art und Baum. Weißt du was? Ich laufe schon mal dahin und baue an. Oh lol. Mein Bambi ist jetzt weg. Reale Verpack. Ich gehe um meine Bäume. Meine Bäume noch. Boah ist der Weg schon weit. Oh ho ho ho. Wie die reingeflogen kommen. Oh das ist doch noch nicht fertig. Wie viel fehlt denn da? Einer noch. Warte. Boah was. Ja. Ich wollte gerade anbauen. Und jetzt habe ich gemerkt da ist ein Baumstamm fehlt noch. Das dauert voll lange ey. Wie viel Flieger haben wir eigentlich? Drei oder zwei? Drei eigentlich. Hm. Wir können ja runterfliegen mit dem Flieger. Geht auch. Habe ich jetzt auch letztens gesehen. Funktioniert sehr sehr gut. Aber so eine Rutsche hat halt noch keiner gemacht. Ne. Bitteschön. Dankeschön. Dann. Lass uns bauen. Durchschlängeln. Ja. Zack. Bob, der Baumeister. Nee. Hauptsache Baumeister. Ja. Willst du was von mir? Was wäre ich runtergefallen? Was wäre ich runtergefallen? Wehe. Nicht. Jetzt wird es steil. Nein. Das wird nicht gestattet, dass sie fallen. Nee. Nur mit den Rutschen fallen sie. Ja. Aber dann fallen wir richtig. Ach, richtig. Ach, eklig war wieder so vor auszocken. Ja, Mann. Ja, aber leider geht es manchmal nicht bei uns. Das ist halt so. Das ist halt so. Und jetzt kommt die Weihnachtszeit noch. Da wird es auch wieder einige Male ausfallen. So zwischen den Jahren vielleicht. Ja. Müssen wir mal schauen. Ja. Ja. Und dann planten wir ja auch schon für das neue Jahr. Richtig. Dann haben wir dann auch schon wieder was Neues geplant. Aber das verraten wir niemanden. Ja. Streng geheim. Soll ich das Haus erst weitermachen? Ja. Kannst du ja nebenbei immer mit ein paar Bäumstämmen hineinschlüpfen. Ja. Au. Mach ich. Wieso was? Warte mal. Ihr könnt ja die Rutsche schmieren, damit es flutscht. Der Dicke gibt bestimmt viel Fett ab. Ja. Wäre schön, wenn das ginge, ne? Aber dann kommen wir nicht heilönen an. So. Bei uns. Bei uns hupfen die Traktoren. Und die Sirene ging auch bei uns. Das ist jetzt die Feuerwehr. Frau. Ja, die werden wohl von ihrer Demo mal wieder zurückkommen müssen, ne? Naja. Hab ich heute auch gesagt. Da hab ich auch gute Storys gehört, wa? Keine Ahnung. Die haben sie... ...beschmissen. Das soll ja nicht so... ...klatt gelaufen sein. Warte, ihr? Ja. Kannst du nehmen? Ja. Kannst du nehmen? Nee. Du musst so runter tun. Warte, dann mach ich das einzeln. So. Ja. Bitteschön. Ja, danke. Ich hab grad überlegt, ob man vielleicht mit dem Wagen hier runter kann, aber ich glaube, das geht nicht, ne? Ja. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Ja, glaube ich auch, Anja. Wenn man jetzt schon sieht, wie man rutscht, wird das bestimmt sehr lustig, ja? Die Rutsche wird richtig Speed haben. Und wir werden auch bestimmt nicht in der Bahn bleiben, also... Nee. Man ist dann so schnell, man fliegt hundertprozentig raus. Das denke ich mal auch. Aber wir haben es probiert. Ja. Ja. Ja gut, wie gesagt, wir können ja auch runterlaufen. Ist auch kein Problem. Guck mal, man sieht schon den Helikopter. Oh, ist das schön. Wie cool. Aber jetzt will ich trotzdem mal. Ja, klar. Wir haben halt die hier schon nicht umsonst gebaut. Vorher speichern. Na, das sowieso. Oh, okay. Nicht, dass man schon wieder alles verliert. Oh Gott. Was ist? Ich wäre fast die Bahn gerade, weil ich so geguckt habe, ich wäre fast die Bahn gerade runtergefallen. Wehe. Sie haben doch keine Feiererlaubnis. Nee. Die ist doch nicht genehmigt. So warte ich nicht. Ich muss dann erst mal drüben auf der anderen Seite einen Baumstamm runter bauen. Ja. Weil... Danke. Bitte. Wenn du einen kleinen Stecker brauchst, musst du Bescheid sagen. Jep. Boah, der schaltet doch schon richtig. Wenn der ja noch lang hier ist. Oh nein. Hast du? Ach, das ist wieder so eine Stelle. Du musst dann gucken, wo du ansetzen kannst. Nicht runterrutschen! Nein, nicht runterrutschen! Muss ich wieder gucken, wo ich den Baumstamm hinleg? Rav. Rav. Brauchst du das Backsystem von Rav? Rav. Ja. So. Nächster. Ich hab mein Fleisch nicht gekriegt. Sehr. Ich komm. Warte. Ich komm. Warte mal, ich mach das steiler. Hä? Steiler. Steiler? Ja. Oh, oh. Ich ahne nichts Gutes. Oh, leck! Okay, Steiler geht gerade nicht anders. Ah, Wassernot. Da schreib mich hin. Was? Ich nicht. Nee, hier steht so ne gute Frau, die will zu dir. Sorry. Na, Björn. Hallo. Es geht weiter mit Sephorus. Walter, der hat geklingelt, aber du antwortest ja nicht. Nee, ich bin nicht da. Ich bin abwesend. Ich bin ja gerade... Äh... Ich komm nicht an das Snap-Point. Guck mal. Warte, ich versuch's mal. Ja. Ja. Will doch Hockey gehen. Achja. So. Na gut. Oh, oh. Schrei mir nicht so ein. Sonst will ich Walter. Ich bin auf dem Weg. Mit wenig Energie. Hi. Okay. Ich hab noch... Jetzt geht's gut. Einen Hasen. Ich hab noch... Na, ich hätt's hier um euer Rehem eingebaut. Ach so. Ich hab auch noch den Hasen von... vor... neben... Ach guck mal, der ist gerade runtergefallen. Was der? Der Mutant. Der fällt gerade ins Zinkhole. Oh. Oh. Bleibt der auch da unten jetzt? Warte mal. Oh. Oh. Keine Ahnung. Wie ich gucke. Soll ich seh? Vielleicht. Vielleicht. Ach ja. Ich seh's. Ja, ja. Das ist random. Der fliegt immer wieder. Spider-Man. Ja, genau. Haha. Guck mal, jetzt geht er wieder hoch. Pass auf. Ja. Geht doch nicht. Doch. Guck mal. Tatsache. Lol. Äh, mir geht's gut. Uäh. Gut, dann haben wir den ja schon mal weg. Jo. Wenn er nicht hier unten überlebt. Warte, ich komme. Wo bist du? Nee, nee. Wo? Ich bin? Ja. Ich seh da hinten irgendwo. Wenn du noch zwei Seile mit hast, waren nicht schlecht. Äh, nö. Warte. Produziere ich schnell. Weil ich hab ja mittelschwere Gegenwehr. Lass mich doch in Frieden, du. Uah. Äh, warte. Flüte. Flüte. Oh, Leute. Was in Not. Was in Not. Was in Not. Was in da hinten los. Bambi. Warte, ich, ich muss, hm. Versuch mal das zu kriegen. Ich muss ja mal René retten. Ja. Und die retten die Lippung. Okay. Die Katze. Erlebt. Braucht ihr was zu essen auch, oder? Ja. Tringeln, tringeln, tringeln. Schick ich dir dann nämlich von hier die Baumstämme. Mh. 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 Kann man eigentlich, wie ist die Kaniballenbraut? Dann lege ich euch Reh mal auf den Grill. Ja. So. Und weiter wird gebaut. Nice. Ja, oben laufen sie wieder. Aber einige. Ja, das ist schön, wie es ja auch gut geht. Das freut uns. Äh. Wir spielen in Sophorus. Wir bauen ja, wir wollen ja runter in das. Weil du vergisst das Essen nicht. Ja, ja, ja. Aber Achtung, gesunde Ernährung. Ja, das ist... Na, wenn denn? Frau hat gekocht. Ja. Frau kocht immer gesund. Heute essen wir Reh. Ganz gesund. Oh, das bin ich auch heute. Weißt du, was gekocht? Früher im Camp? Nee. Nein. Ich sehe das Essen nicht. Das liegt... Das liegt drauf. Ja. Wurgen beim Holzbogen. Ja, ja. Ich siehs. Oh, da ist er wieder. Der rutscht immer noch hier runter. Ja. Nee. Wurz warten. Warte, ich bring dir auch ein paar. Ja. Kannst ja versuchen, die wieder nochmal hier runter rutschen zu lassen. Die bleiben ja irgendwann da stehen, dann laufe ich denen dann entgegen. Okay. Also Nachschub kannst du mal rutschen. Ja, das ist gut. Ich hoffe, die rutschen da bis unten durch. So, einen habe ich schon mal runter. Mhm. Aber die Rehe erschreckst du dich jedes Mal zur Tüde. Mhm. Weil die so galoppieren, gell? Mhm. Ja, ja. Der liegt da unten. Also es funktioniert. Irgendwo stoppen sie. Sehr schön. Finde ich wieder diesen Punkt nett. Wenn ich zurückgehe, finde ich ihn. Aber nur für einen Moment. Da waren wir da. Oh, heiliger Rappimmel. Ich falle hundertprozentig noch irgendwann runter, Leute. Bleibt am Start. Die meisten Unfälle passieren im Haushalt. Genau. Ey, ich finde den Snap-Point nicht. Jetzt. Alter. Was eine Geburt. Oh Gott. Hilfe. So, du bleibst hier liegen. Nein, nicht runterrutschen. Bleib liegen. Ach ja. Sehr gut, brav. Ich glaube, bist du noch da? Ich schicke die nächste Post runter. Puh. Erstmal der. Was war denn jetzt? Nee, ich habe gedacht, der fährt runter komplett. Der Baumsturm. Hallo, Herr Waschbär. Gott. Ich sterbe. Ich sterbe hier irgendwann. Ich glaube, ich muss mal speichern. Im Sinkhole. Kommt der auch runter. Ey, das ist langsam so steil. Na ja. Das heißt, wir kommen das Ziel langsam näher. Ich baue diesmal richtig steil. Jetzt gibt's Speed. Ab der Hälfte gibt's Speed. Nee, ich habe nichts Gutes. Du fährst da jetzt auch das. Waa? Wir müssen bei Gelegenheit, glaube ich, mal eine Nacht überspringen. Wir gehen die Bäume aus. Können wir machen. Ja. Das dauert mehrere Nächte aber, gell? Bis das wieder alles gewachsen ist. Mhm. Kommt zuerst Dix. Ich bin runtergefallen. Nein. Ja, du fällst. Verdammt. Naked. Nein. Oh shit. Oh shit. Frau Schmidt. Ich wusste. Oh. Ich konnte es nicht sehen. Slow Mausch bitte nochmal. Replay. Schneide das bitte. Ich möchte den Fall sehen. Mach mal bitte ein Clip davon. Ich kann nur ein Snapfoto machen. Hallo? Ein Tag überlebt. Na toll. Jetzt liegt natürlich auch ganzes Inventor da hinten. Ja. Fuck. Und ein Seil so runter machen können wir mich. Stimmt ja. Nein. Oh shit, Frau Schmidt. Oh man. Ey, mir passiert aber auch also. Und nun? Ähm, ich baue ganz normal mit euch weiter und vielleicht liegt das Zeug ihr dann irgendwann noch da oder ist das eher nicht so der Fall? Sollte es. Wenn das Zeug dann immer da ist, dann stört mich das ja nicht. Muss halt jetzt alles wieder craften, aber. Ich weiß nicht, ob das Inventor so lange da hinten aus ist. Weiß ich nicht. Und wir gehen ja heute noch nicht runter. Ich wusste es. Ich hätte ja erfasst, dass du dir dein Flieger mitbringst und fliehst drum. Ach so. Oh, das könnte ich machen, aber dann muss ich ja wieder rauskommen. Ja, jetzt hast du doch einen Kletterhaken. Ach du Heiliger. Ach du Heiliger. Echt jetzt? Was denn? Soll ich es ausprobieren? Ja. Ja. Du fliegst da jetzt runter. Und dann fliegst du wieder hoch. Ja. Genau. 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 Was runter geht, muss wieder hoch gehen. Weil wenn wir jetzt neue laden, nutzt ihr das nicht. Nee. Nee. Da wären wir zwar wieder am Anfang. Äh, Quatsch. Was ist denn da? So, Reh habe ich auch jetzt noch zum Essen. Die Augen gerutscht. Die Augen gerutscht. Die Baumstämme hast du da genug. Das ist eine lange Fahrt darunter. Jetzt werde ich fast wieder gestürzt. Es ist ein Hund. Ach. Ja. Ich bin der absolute... Ich sage ja, die meisten Unfälle passieren im Haushalt. Ja. Ich krieg den Snap-Point nicht, ne? Ich fall wieder. Nein. Das ist doch nicht falsch. Walter, fang sie auf. Ich kann sie nicht aufpacken. Ich hab dich so lange geschaut. Oh Mann. Ich fall wieder runter. Oh, es ist gut. Oh, es ist gut. Ich liebe es. So, jetzt bin ich schon zweimal hier unten. Yeah. Oh, und diesmal... Wollt ihr mich verarschen? Diesmal ist nichts im Flugzeug. Wenn man zweimal hintereinander stirbt, ist nichts mehr im Flugzeug. Wie soll ich denn jetzt was essen? Und trinken? Also essen und trinken können wir dir helfen. Das ist nicht das Problem. Kann die Frau mal jemand festbinden? So lange Seile habe ich nicht. Das bringt mir auch nichts, wenn ich die Frau festbinde. Hast du eine Rutsche in einen Sink holen in deinem Haus? Das hört sich an dir? Ja. Ja. Nein, aber das ist so. So bei den leichtesten... Ich meine damit, bei den leichtesten Aufgaben, so Küche putzen oder keine Ahnung was, passiert es halt. Das ist gut. Ja.